Was ist mit Hausaufgaben? Frenz, ich würde gerne den Bot engagieren. Das ist so mein... Ah, du bist was, okay. Ich verstehe. Du kannst gerne zugucken. Dein Hund hat dein Headset kaputt gemacht, Frechheit. Ich dachte, der hat die Hausaufgaben gefressen. Was ist Hausaufgaben? Ach, bei dem... Bei dem Rico, hi. Bei Rico hat jemand das Headset kaputt gemacht, der Hund. Und ich habe gesagt, aber der Hund macht da sonst die Hausaufgaben kaputt. Das ist doch die Hausaufgaben. Nein, die Katze liegt. Ich war auf meine Hausaufgaben, dass ich das nicht machen kann. Ach, das hat er auch noch. Die Hausaufgaben hat er auch noch aufgefressen. Ei, 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 Rico. Was habt ihr denn für einen Hund? Ich leide mit dem großen Haus. Sonst, ich kann auch den NPC enttun, aber... Ne, lass mir ja bitte den NPC. Ich habe immer so viel Gold und ich brauche den. Ich bin eher mal down. Hä? Äh, ich bin schrecklich. Wo sind denn jetzt die Gegner? Also, ich muss sagen, die allererste Runde, die ich erlebe, dass sie brennen, Gegner landen. Ja, warte ab. Gleich kommt noch eins zu. Was habe ich eigentlich schon... Kannst du damit mal aufmachen? Wie geht's mehr? Was denn? Ja, mein Bruder nervt mich gerade. Bruder, hör auf! Ich werde geschossen. Bei dir jetzt? Oh, hey, Lama ist da. Wie ist die Lama? Wie ist die Lama? Wie ist die Lama denn nicht raus? Sven, ich bitte meinen Tipp, wenn du Lama siehst, immer du... Zubau. Ja, Zubau. Dann halt Zubau. Dann halt Zubau. Ja, Zubau. Ja, Zubau. Dann ist einfach verbrannt. So ein Ding ist das. Oha. Die bringen doch ein Ding. Ja, die Sandkanon und lösch' das Feuer. Fiss aufs Feuer. Da. Da, 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 da. Ich hab gar nichts gekriegt von dir. Hinter dir. Da, 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 da... Da, 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 da. Du bist, du bist. Lass es zurück, da ist meine letzte Mahnung. Hä, bin ich hier gerade auf das Schwein aufgesprungen? Du, ich spiel doch jetzt. Klar gar nicht, lass mich gehen. Warte kurz. Ich geh mal nach Bauer, ich guck mal ob hier irgendwo geht. Ich geh mal im Wasser vorbei. Das haben wir heute. Ich geh mal nach Bauer. Ich geh mal nach Bauer. Ich geh mal nach Bauer. Ich gehe mal nach Bauer. Ich gehe mal nach Bauer. Ich gehe mal nach Bauer. Ich glaube, brauche ich alles. Ja, ich möchte dich an, ob ich sie verlau'n kann. Dann sieht man uns. Sind ganz sick. Oh, dancing. Okay. Bei mir, bei mir, bei mir, bei mir, bei mir, bei mir ein Team, 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 Team! Hammer, Hammer! Team, Team, Team! Hey, es kommt gut. Hab eins? Ja, willkommen! Nein. Warum ist er tot? Wir holen dich gleich. Find ich gut? Ja, geht, geht, geht. Hat die Optimus Waffe, hat die Optimus Waffe? Okay, du bist froh. Wir holen euch gleich, okay? Wir holen euch gleich, wenn ihr so füllt. Wie scheiße. Oh, du lebst noch. Ja, kein Schicksal. Ich bin scheiße, nein. Ich bin scheiße, nein. Ich weiss gerade nicht, wie überfordert ich bin. Hast du Heilung? Ja, ja. Ja, ja. Das ist das wenigste. Hier, der ist der Gegner. Aber hier läuft auch das Kopf weg. Da oder hier? Oder im Busch? Da oder im Busch? Da oder im Busch? Komm mal. Was ist der Schicksal? Komm mal. Jetzt ist Gegner hinterm Stein und nicht beim Bauen. Ich geh ab ein. Wer war das? Ab ein. Der ist schön. Hier ist noch eine. Das ist die Optimus Prime. Braucht ihr Heilung? Nee. Aber wer gließt sie denn? Dieser Kopf geht ja zu spüren. Bei Maus ist es geil. Bei Maus ist es geil. Verstehst du? Bei dir, bei dir, bei dir. Das ist echt geil zu meinen Freunde. Ja, das ist, das ist, das ist. Bei mir. Bei dir, bei dir. Bei dir, bei dir. Bei dir, bei dir. Kann ich bitte diese Waffe? Entschuldigung. k kanzler wenn es bei mir würde sie jetzt geben k k die witte muss man ein bisschen lauter reden was willst du holen noch ein kopf die mann gut durch die besucht hat das kopf Vielleicht getötet haben, dass Sven oder so noch mal kommt. Ja, ich hab nur ein neues aufgenommen. So gehen die Runden ja noch schneller. Wer fährt hier mit dem Auto? Ist gerade einer mit dem Auto gefahren? Äh, ja, du. Ne, mit dem Auto. Oh! Das ist eine Mutter, warte. Bei uns welche? Weil wir hier geüttet. Bei uns Lama. Noch ein Lama, ich dreh durch. Ja, Lamas haben wir jetzt zu viel. Ich hab grad gedacht, dass ich vor allem Lama ruhe. Oh, die Insel ist genau bei mir, die Grenze. Ey, das nervt. Hi Leute. Wenn ich zurückkommen kann. Sven. Willkommen. Ja. Bitte, ich hör mich die ganze Zeit doppelt. Ich glaub das kommt von dir. Von der Seite direkt. Na, zwei, zwei, zwei ein. Ich schieb schon los, wo der BZ ist. Es ist von. Hopp ihn, hopp ihn, hopp ihn. Ich hab ihn. Okay, sicher. Ich gehe hoch auf die Hände. Eil, geht gut. Trotz meiner Karte prominent. Jetzt meine Karte nicht ein, Sammi. Sagen wir doch die Karte ein, die liegt doch da. Sammi ein. Nein, er tut es ja auch nicht. Komm hier hin, Samy, mein. Oh, mein Zeitpunkt, der... Oh... Oh, mein Gott. Der Zeitpunkt, der, 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 der... So, der, 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 der... Müsst, äh, gleich trotzdem. Mach, äh, Gegner. Ja? Äh, ganz mit meinem Wort. Oh, mein. Holst du ihn? Holst du die Karte? Ich reboote sie hier oben. Okay. Ja, äh, Sven, du bleibst oben. Jaja, die musst du hier oben. Dann können die hier oben oben. Am besten in einem Rift, am besten Rift. Aber pass auf, da sind noch welche. So, hol die. Los, let's go. Die sind da irgendwo noch. Du musst aufpassen. Ja, weg, du komm mal ein. Pass an. What? Hä? Was ist der Sprayer auf die... Macht euer Ernst. Ich hab keinen Bock mehr. 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 Nee, jetzt hat einer schlecht, Dicker. Schlecht, Dicker. Ja. Ach, die sind ja, wir leben alle noch. Das ist ja ein feiner Zone. Dann warte ich noch. Ja. Gut, dass ich hier kein Blut habe. Sven, hör mir mal zu. Also, am besten könntest du jetzt warten, bis äh... Zone bis zur Zone bist. Also, mindestens so bis... Mein Bot stirbt gerade. Wo ist mein Bot? Äh... Mein Bot stirbt gerade. Mein Bot stirbt gerade. Fort, bleib hier. Stirb nicht. Sven, hast du noch ein bisschen? Nee. Okay. Warte, sonst... Ah, nehm... äh... Dings mit. Warte, warte noch. Ich glaub, so langsam kannst du die... Sie ist gut. Danke. Ja. Jetzt hätte ich ja ein bisschen Dreck drauf geschossen. Ja, egal. Die wollen sich ja pitteln. Okay, da ist stabil. Stabil. Was ist denn? Was ist denn? Die ist schön. Ach so, okay. Ich weiß nicht, woher. Die Argen. Die Argen. Die Argen. Die Argen. Bleib aber trotzdem noch ein bisschen... Die Argen. Die haben's verdient. Weil, wenn die jetzt nicht direkt gehen, sondern noch ein bisschen doch da bleiben. Okay. So, wo seid ihr alle? Hier ist einer. Hier ist einer. Wo ist einer? Wo ist einer? Unten, unten, unten. 24, 22. Würdest du uns oben, oder? Ja. Oh, ich muss in die Zwolle laufen. Ich muss in die Zwolle laufen. Ja. Ja. Der nächste Leuchtt, bist du da, oder? Oder... Ja. Ich würd auch lieber den nehmen. Ja, würd ich auch... Gibt's hier kein Motorrad oder sowas? Abwohl... Ja, das hat sich eingebaut. Den nächsten trinkst du am besten gleich, wenn du noch 20 HP hast, weil dann wärs am 5.14. Mein Bott ist tot, der hätte mich nur splaschen müssen, der Idiot. Dann wäre ganz tot gewesen. Bitteschön. Hier ist Luchi vorne. Ich habe Minis, wenn ihr braucht. Ich habe Minis, wenn ihr braucht. Ich brauche sofort hier. Ja, kann ich nicht anschließen. Ich habe schon mal geholt, ne? Ich habe schon mal geholt, ne? Ja, ich habe den einen gelockt. Hier. 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 Hier und hier. Mehr habe ich nicht. Ja, ich will die. Ja, wir haben noch ein Dreierteam vor uns. Da vorne. Komm schon. Ich sag euch immer wenn ihr nicht zieht wo Gegner sind. Dieser Fisch braucht Hilfe. Ich weiß dass ich Hilfe braucht Digga. Ich darf Fisch machen. Amo Swap wird gerade gesprayt. Hat der Green Life? Hat der Green Life? Fünfer Ticks. Noch zwei Gegner. Zwei Gegner. Fünfer Ticks. Da vorne ist einer. Und da oben, da oben, da oben. Fünfer Ticks. Wir brauchen noch einen Gegner. Fünfer Ticks. Was für ein? Das sind drei. Ne zwei. Ne oben. Drei. Und jetzt hier ist ganz viel Luft. Ja. Doch. Wie ist das denn jetzt? Zwei Gegner noch. Ja zwei sagt ich doch. Hä? Wenn du den Epic kaufen willst, dann kauf den doch. Das wäre jetzt aber sinnvoll jetzt. Komm schafft ihr einen epischen. Sag mal wo die sind. Sag mal wo die sind. Ne. Der eine ist aber auch noch genug. Nur noch einer. Nur noch einer. Es ist nur noch einer. Sven ist eben gut. Der ist sehr gut. Der ist sehr gut. Sven ist jetzt alleine. 1v1. 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 Da. In dem. Nur gut. Ja wichtig. Wenn du den jetzt nicht holst Sven. Ich raste aus. Nehm die Kamilie. 1v1. Nimm Pampf. In die Kamilie. Ja. 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 Habe ich die mit dem Jungs Kikos getötet. Äh mit den Wechsel getötet. Ja. Ja. Ey wenn du jetzt verloren hättest. Ich wäre ausgerastet. Ja ich auch. Ich auch. 10 HP oder 10 HP. Ja. Unsieg Leute. Feiertag.